ich weiß zwar immer nur nicht um was es sich dreht, aber hey, scheiß doch drauf. Soll ich den Tipp geben? Es hat was mit Sport zu tun. Du magst Sport, oder? Nicht. Ja, ist genau mein Ding. Sollen wir uns einfach mal rausgehen und uns das angucken? Naja, eigentlich nicht, aber ich hab glaube ich keine andere Wahl, dann schreckt mich Riol noch. Na komm. Ich bin immer zu blöd, um hier durch die Tür durchzukommen. Ah, Diamant 250, ja. Ja, das ist ein 200-Abonnenten-Special. Moment, ist das nicht ein Viertel von 1.000? Ist das ein Viertel von 1.000? Ein Achtel von 2.000. Ist das richtig? Nein, das ist... Doch, das ist richtig. Ja, gut, das ist... Natürlich. Lass uns einfach mal runtergehen und unsere Schläger holen. Ach, Tennis, way. Ja. Absprung! Ich würde sagen, wir spielen Best of Three, also am höchstens drei Matche. Ne? Er glänzt sich von selbst und wer als erstes zwei Punkte hat, der hat gewonnen. Machst du den ersten Aufschlag? Ja, 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 leider nicht. Lass anfangen. Nein. So. Da. Ich mach dich übrigens fertig. Guten Tag, Mr. Villager. Okay. Aus. Echt jetzt? Ich dachte, der wollte nur fliegen. Zack. Ah, aus! Ich hab'n Punkt! Ich hab'n... Oh Gott, ich sollte nicht vielleicht so arg wackeln, mein Bildschirm fängt hier grad an. So. So. Hab'n Urschlag. Dann... Oh, macht er erstmal so'n kurzen. Und der rennt von mir weg! Jetzt bleibt doch stehen, Mensch! Äh, wir ignorieren die Kondas Doppelfeld, ne? Also, ähm... Keine Ahnung. ...liegen es bei mir aus der Sicht... Äh, ne? Jetzt... Genau genommen keine Ahnung von Dennis... von Dennis. Von Dennis und was mit was zu tun hat. Ja, wer ist Dennis? Verschweigst du mir da was? Ey, Rirol. Nein. Ah, der ist drüber, oder? Ja, der ist drüber, das drüber, natürlich. Dann schiebe ich mir denn hier... Ne, 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 nicht wegschieben. Denn Tennisball kannst du ja auch nicht einfach zur Seite legen. Ich bin nicht hier beim Minigolf. Ja, der hängt, der hängt, der hängt. So, zweiter Punkt für dich. Well. Ob man mich überhaupt auf dem grünen Tennisfeld sieht? Bin ich wie ein Ninja? Man sieht mich nicht. Man sieht mich nicht. So, mein lieber Dorfbewohner. Na, wie geht's dir? Was? Ich soll dir Geld geben. Bam! Also, ich würd' sagen, er hat irgendwie eine Abneigung zu den Zuschauern. Warum eine Abneigung? Ey, was machst du bei mir? Ey, geht nicht. So, jetzt rüber. War ein Punkt für mich. So. Dann steht es jetzt 15-30. Oder 30-50, so waren... Ne, 15-30. Du bist dran. Da frage ich mich auch, warum man beim Tennis so dumm steht auch von 15-30-40 zählt und ich einfach 1-2-3-Matchball fertig. Na, guck mal, der Regen, der war ja schnell zu Ende. Machst du einen Aufschlag, oder soll ich? Du bist dran. Alles klar. Zack. Dann kriegst du den auch gleich schon wieder rüber. No, 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 no. Ups. Du hast das Spielfeld kaputt gemacht. Nein, ich doch nicht. Den Block kriegst du nicht, das sind Schneebälle. Verdammt. So. Das Schild ist egal. Oh Gott, du machst das denn ernsthaft mit dem Schild dran? Guck mal wie. Na gut, dann lass uns weitermachen. Du bist jetzt dran, ne? Mit deinem nächsten Aufschlag steht weiterhin 15-30 für den Mann in Blau. Oder auch 2-1. Für die Nicht-Tennis-Spieler, die dieses Punktesystem vollkommen dumpf finden, wie ich. So. Hast du den jetzt aber... So. Nein! Weg mit dem Villager. Weg mit dem Villager. Das darfst du noch nicht sagen. Du lügst. Das darfst du nicht sagen, Junkie. Das darfst du nicht sagen. Ja, und unser Kameramann ist auf. Ach, der hängt immer drin, ne? Wie gesagt, du musst auf die Beine von denen schlagen. Ich hab auf die Füße geschlagen. So. Da steht es jetzt... 45... Äh, 40... Richo kann als Hobby-Tennis-Spieler nicht mehr selbst die Punkte reinfolgen. Ja, du. Du hast Aufschlag. Mein Freund. Ich dachte nur du wärst. Hallo. Na komm. Wir müssen noch ein bisschen... Action. Wir müssen noch ein bisschen Action reinbringen, ne, Junkie? Attention? Äh, wir sind ja richtige Tennisspieler, also... URGH! Ach, der läuft schon wieder weg. Bada-Boom! Oh Gott! BAM! Das war ein Vierer, deswegen war der so laut. pfff! Tja! Ich würd sagen, 1 glow! Pfff! So! 1.0 für mich, Nope ja, behindert er hat nicht gewonnen, nein, 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 nein! Ich hab' nichts gewonnen... nur den Satz! Und also, du als Aufschlag oder habe ich auf Schlag. Du als Aufschlang, mach' einfach, du! Also, puuoooo! Ups! Also, das war ein bisschen Fail, aber zack, zack, oppa, Punkt, Punkt. Ich hab Aufschlag, so. Weil ich höre die noch schreien. Können die Dinger endlich schreien hören, ne? Was? Die Dinger können gar nicht schreien, oder? Die haben keine Geräusche. Schade. Fehlt noch. Ich würde sie gerne schreien hören. 10, 4, 18. Wurde das nicht mehr geplant? Du bist dran. Hä? Jetzt bleibt, guck mal, warum rennt er bei mir? Er will nur zu den Fans, hier zum Sonic Master und zum Aaron. Ja, man merkt, Riol kennt die in einzelnen seiner, meiner Fans, sorry. Seiner meiner Fans? Unserer Fans, hm? Ähm, hm, 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 ne. Aber die Namen stehen drüber. Oder spielt sie mit F1? Oh ja, ich spiele mit F1, dass ich genau nicht sehe, wo ich hinziele. Also wie gesagt, die Map, äh, gemacht von Seth Bling, falls ihr die selbst mal spielen wollt, Download-Link, beziehungsweise Link zu dem Video von Seth Bling, findet ihr in der Beschreibung. Jetzt, Chunky... So, komm, renn, renn, mein Freund. Renn so, dass der Chunky dich nicht mehr spielen kann. Hopp, Riol, schieß doch mal ins Auros, ich will gewinnen. Oh, so gut? Ist das okay für dich? Mhm. Aber wie ist denn das, wenn, wenn du jetzt... Angenommen, was halt natürlich nie passieren wird, du würdest die ersten Bandspiele gewinnen, müssen wir denn das dritte noch spielen? Ne, ist ja, dann kannst du ja nicht gewinnen, ist ja. Best of three. Ah, geil, dann würde ich sagen, lass ich dich gewinnen, dann ist die Scheiße hier um. Ah, da, 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 da. So, ah, ähm... Oh, nein, Mist. Da war das... Ich würde sagen, es bleibt spannend. Das waren Dinge ins... Hm? Nein, der ist nicht von der gelaufen, ich hab's gesehen. Ich war direkt... Ja, aber hatte ich nicht Aufschlag? Naja, egal. Ich will hier nichts rechtsfertigen. Nein, ich hab aufgeschlagen. Also, das heißt, du hättest jetzt eigentlich Aufschlag. Egal. Ich hab den Bogen... Moment, ich schieß mit eins raus. Ups. Und du hast das Spinnennetz kaputt gemacht. So, er läuft. Junkie, er läuft. Ins Netz. Moment, die schießen grad mit eins rüber. So. Oh ja. Töme einfach so, als wär's so wie eben. Genau. Verloren, verloren, Rion hat verloren. Ja, komm. Schieß doch. Wie soll ich denn in der Mitte rüberschießen? Tja, musst du selbst wissen. Du bist ja der Tessenspieler. Ja. Nee. Ja, gut. Du hast deinen Punkt. Zack. Ich hab Reset schon. So. Ähm. Wann schon vier? Hm. Oh, okay. Ich hab's zweites Spiel gewonnen. Ich hab's zweites... Ja, du hast Aufschlag. Aber nur der wahre Sieger wird gewinnen. Das bin ich. Dieser... Alter, der backt sich bei dir immer da voll durch. Der hätt eigentlich noch weiterspielen können, aber okay. Echt? Für mich. So. Äh, du hast Aufschlag. Junkie. Jetzt war ich einmal fair. Aber du kannst ja hinterher als Ausrede sagen, dass du ja im Suit gespielt hast und da hat man auch viel weniger Bewegungsfreiheit. Ich wollte schon sagen, ich hab extra meinen Sportsuit angezogen. Der ist extra elastisch und körpereng. Oh Gott. Ich glaub' ich jetzt gefällt mir dein Suit nicht mehr so. Schau mal vor, es würde Minecrafts games in HD geben. Was geht mit ihm hier? Ihmchen. Ihmchen will nicht mehr spielen, glaub ich. Schieß dir mal einen zu mir. Hab ich. Ja, ein bisschen mehr. So, guck. Ja. Okay, so. Ey, nein! Was ist mit ihm los? Ihmchen will nicht mehr, glaub ich. Warum nimmst du den Ihmchen? Schieß den schnell zu mir. Schieß den schnell zu mir mit einem Einer. Ups. Das war zu weit. Bei den Dreiern davor hat er sich nicht bewegt. Und dann hab ich noch einen Dreier und dann war er... So, das ignorieren wir jetzt einfach mal als Punkt. Also mach nochmal einen Aufschlag. Mhm. Ach, ich? War das mein Aufschlag? Keine Ahnung. Mach ich mal. Denkst du, ich merke mir sowas? Pam. Ja, du bist ja der Tennelspieler, ihm müsstest du's doch auch immer wissen. Nein, 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 nein. Was ist falsch mit ihm? Mach einfach weiter. Rüber. Da. Wird das jetzt hier zum Singleplayer-Game oder wie? Ups. Ja, Punkt für mich. Nein, Spaß. Ich mach jetzt mal Aufschlag. Bei dir wären die immer so ein bisschen... Hopp. Jaja, das liegt nur an mir. Bei dir wären die immer so ein bisschen... Angeblich hätte ich ja laut Reol schlechte Aufschläge. Was für schlechte Aufschläge. Nein! Hahaha. Tü, 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 tü. Ups. Sag dich nicht, der Kerl will immer zu mir? Der war ins Netz bei dir, ne? Nein. Nein. Ich hab's nicht gerade auf deine Seite geschoben. Geschlagen. Was ist los mit dem Kerl? Kick ihn doch nicht runter. Ach, Junkie. Ja, ich hau Außersehen immer mit dem Dreier drauf, aber das ist zu viel. Zu viel des Guten. So, jetzt mach ich mal einen hier. Und der wird nicht schwul. So, Punkt für mich. Es steht 30-15... Äh, nee, 30-0. Was seid ihr? Wir zählen hier in einer Schritte und ich führe schon 30-0, meine Freunde. Du bist. Junkie. Also, ihr könnt uns ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Art-Mini-Spielchen öfter mal sehen würdet. Und... Wollen, sehen, wollen würdet. Wollen, sehen, haben, wollen, tun, machen, essen. Ne? Happa, happa. Jaja. Oh, das ist mein Punkt. Es steht 40-0. Und ich hab... Oder hast du? Du. Ich hab... Alles klar. Ah, ich hab einen Punkt. Bam, weggebracht. So, dann bin ich jetzt, oder? Oder... Ich vergesse es immer. Wer jetzt... Ich bin. Ach, komm schon! Möp, 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 möp. Er steht jetzt 40-30. Und du hast... Ne, ich hab eben aufgeschlagen, du hast. Wieso merke ich mir sowas eigentlich nicht? Na, jetzt soll er fliegen, hier, der Kumpel. Mit der flachen Nase. Mit der Nase. Das war ein Dreier. Der war ja eh nicht durch, oder? Ja, klar, der war nicht durch, der war nicht. Dann, äh, Matchpoint, ne? Also... Es geht es um Spielsatz und Sieg, liebe Freunde. Wow! Scheiß Tennis, mach mal. Du hast... Nein, das war ja Punkt, ich bin. Allob. Los geht's. Komm, komm, noch nicht noch mehr. Na komm. Ja, Junkie! Ja, ja, braver Villager! Brave, flache Nase! Warum darf ich keine kurzen Schüsse machen? Darfst du? Aber es ist böse. Ja, ja, gemacht! Es ist, äh, weil dann ist es schwer, den... wieder rüberzuhauen. Mhm. Mhm. Merke, mache kurze Schleife. Und er läuft ins... Und er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Kennt ihr das? Nein, nein, nein. Ich hab gewonnen. Nein, Junkie, guck doch, er ist da. Da, guck doch. Nee. Der war im Netz gehangen. Fertig, Ausschluss, ich hab gewonnen. Ende. Zack, ab ins Publikum. So. Er will zu seinem Kumpel, der hier eingesperrt ist. Wir, 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 wir danken allen Zuschauern namens. Soll ich vorlesen? Ja, immer abwechselnd, okay? Okay. German Crafter, glaube ich, steht da. Sonic Master 1. Die Namen sind immer ineinander. Dann einer, den ich nicht lesen kann. Aaron... Mit 10 aufhört. Aaron1996. Ah, doch, jetzt kann ich sehen. Michael 1091... Okay. Ja, 1091.8. Also bei mir war Aaron, ja. Grönlos. Grönlos, okay. Äh, Xy. Ach, mit Y, ah ja. Mind4Bread. TeamX99. KohlX3. 19Niki96. Notch. GildenOpa. Yuzida King 4. China Freak. Pro-X3. X, X, Conan, Kudo, XX. Alelo998. Jim Paper. Shoben. Sky. Oh, und gleich nebendran der liebe Big Ben. Menino97. Xam222. Yoki96. Ich glaube, ich habe die cooleren Leute auf meiner Seite. Bastion123. Minecraft Chick. Gutix12. Oberoberaffe. Uniform... Ah, Uniform Minecraft. Radioaktiv. Bastard23. Deadmau5. RPV123. Joba97. Frostheuler. Riol D. Vaikili. Was ist das denn hier für einer? Ach so, das Oberelf war da gerade, jetzt ist Oberoberaffe. DarthAlex99. Ich habe keine Ahnung, wer das hier ist. Irgendwas mit Nator. Spikinator bestimmt. Ja, Spikinator97. Fuffling94. Du! Nenn dir mir deinen Namen. Tariko8004. Wenn du den Namen nicht lest, man kann machen. Rechtsklick auf den. Naja. Last und better least. Wunderbeef. Mr. Lord Bubu. Mr. Lord Bubu? Ja. Ey, hast du mehr? Ja, und Tgiam. Tgiam. So. Und ein besonderer Dank geht da noch an. Momentan. Moment, 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 Moment. Nur. Ha? Nix. Okay. An alle 250 Abonnenten. Genau, an alle 250, 251 momentan. Ich hoffe, das wächst noch. Dann gehen wir mal ganz kurz in die Tennis2-Welt. TV. Ja. PodCraft.de. Abonnieren. Ja, wir müssen noch mal ganz kurz in die Tennis2-Welt. Ja, ja, MVTP. Tennis wie viel? Oh. Tennis1. Nein, nur Tennis. Ja. Und wo zur Hölle bin ich? Ja, ja, ja. Ich stelle jetzt eine interessante Frage. Ich würde einfach hier rausgehen. Da sieht man es, ne? Da sieht man es. Oh. Nee. Valkyrie hat uns ein Pony-Pixel-Art gemacht. Yay. Pony. Dabei sind wir gar keine Bronies. Fuck. Aber auch keine Anti-Bronies. Also. Ich habe nichts gegen Leute, die Ponies mögen. So? Also. So, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für dieses Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt mal. Da links. Der Villager wird von den Zombies verfolgt. 250. Ja, wunderschön. La, 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 la. Okay, das reicht auch. Scheiß, Brody. Nein. Tschüss. Ist Notch nicht auch einer? Unser neues Motto. Keep listening, keep crafting. What? Ja, keep listening, keep crafting. Tschüss.